Hallo Freunde, ich grüße euch. Nachrichten verfolgt, dann kommen wir aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr raus. Was kommt zum Beispiel dabei heraus, wenn die ARD, die Allgemeine Rundfunkanstalten Deutschlands, von einem Machtspiel par excellence um die EU Top-Jobs spricht oder schreibt? Wir reden nicht von verantwortungsvollen Positionen, wir reden von Jobs. Das heißt, ich gehe jobben, ich gehe in eine Frittenbude, Performance verkaufen. Das will ich nicht abwerten, aber das sind Jobs. Wir sprechen hier von hohen verantwortlichen Regierungsämtern, über die da geredet wird. Und dann in diesem Zusammenhang, in der EU, nicht mal national, sondern in der hochgelobten EU, und in diesem Zusammenhang von Postenpoker, Sushi-Deal, irgendeinem Geschacher zu schreiben, laut ARD ist der größte Gewinner das Hinterzimmer. Also mein lieber Freund, da muss ich ganz ehrlich sagen, da verstehe ich wahrscheinlich auch was falsch zu verstehen, wenn es um die große geheiligte EU-Politik geht. Da komme ich darauf zurück, was kommt dabei raus? Bei Deals, bei Geschacher, bei Gepoker, was kommt dabei raus? Was ist die Lösung? Was ist die Königslösung? Ihr werdet es nicht glauben. Ursula von der Leyen. Auch bekannt als Fliegebescheidung. Von 2005 bis 2009 Bundesministerin für Familie. Von 2009 bis 2013 Bundesministerin für Arbeit. Seit 2013 Bundesministerin für Verteidigung. Oder der Verteidigung. Normalerweise, wir kennen das alle, lernt man so und so lange einen Beruf, oder man studiert ihn, um dann darin die ersten Spuren zu verdienen, um dann zu sagen, so jetzt bin ich ein Fachmann, jetzt bin ich Experte, jetzt kann ich mitreden, jetzt kann ich Abteilungsleiter werden. Ich rede nicht von ganz oben, vom absoluten Verwaltungschef. Ursula von der Leyen, die kann das. Offensichtlich. Die springt vom Familienministerium ins Arbeitsministerium und dann ins Verteidigungsministerium. Problemlos. Man kann sich als Minister ja Leute ins Fachholen reinholen in sein Ministerium und sich beraten lassen. Das kann man natürlich machen. Aber ich muss wenigstens eine gewisse Grundahnung haben. Ich muss irgendwas mitbringen, damit man mir nicht ein X für ein U vormachen kann. Wenn ich keinen Durchblick habe, dann läuft so viel schief, wie es halt schief läuft. Nehmen wir die Gurch-Fock. 9,6 Millionen Euro waren geplant. Mittlerweile liegen wir bei 135 Millionen. Das ist eine fast Ver-14-fachung der Kosten. Wenn man sich das bezahlen muss, spielt es ja keine Rolle. Gehen wir mal nochmal auf den EU-Kommissionspräsidenten ein. Laut der ARD ist ein EU-Kommissionspräsident ein Verwaltungschef von über 30.000 Beamten. Er ist Hüter des EU-Rechts und moralischer Mahner. Moralischer Mahner. Also da fällt mir glatt die Schuppe von der Flechte. So und jetzt komme ich nochmal zurück auf den moralischen Mahner, der ja der EU-Kommissionspräsident sein soll. Der moralische Mahner, das ist wirklich jemand, eine hohe Instanz, die auch einen großen Anspruch an sich selbst hat. Und natürlich frei von jeder, wie sagt man so schön, also erhaben ist an Kritik, dass ja irgendwas verwickelt sein könnte. Und dann schauen wir uns Ursula von der Leyen an. Eine Frau, wo aktuell ein Untersuchungsausschuss läuft. Diese Frau, die soll größter moralischer Mahner und Führer der EU werden. Auch eine Frau, die im Prinzip ständig nach Krieg schreit, ist wirklich nicht unbedingt moralischer Mahner. Aber es ist jedem selbst überlassen, wie er das sieht. Das ist meine Sicht der Dinge. Ich verstehe irgendwie die Bezeichnung moralischer Mahner wahrscheinlich völlig verkehrt. Aber wenn wir nochmal zurückblicken auf den EU-Kommissionspräsidenten, der jetzt gerade ausläuft, das Auslaufmodell, den Herrn Juncker. Der hat als Ministerpräsident Luxemburgs das Steuermodell LuxLeaks aufgebaut. Und hat in Luxemburg Luxussteuern für Konzerne und Banken eingerichtet. Absolut bewusst hat er das gemacht, hat er das machen lassen. Dieser EU, insgesamt, gehen jährlich über eine Billion Euro an Steuereinnahmen flogen. Was macht man mit einem Ministerpräsidenten eines Nationalstaates? Was macht man mit dem? Nicht etwa Rügen oder Strafen. Nicht in dieser EU, nein, nein. So jemand wird dann halt Chef. Er wird belohnt, obwohl er gerade der EU massiv geschalt hat, wird er belohnt mit dem größten Posten innerhalb der EU. Also entweder verstehe ich da was falsch, aber das ist halt die EU. Erst haben sie die von der Leyen nie ins Spiel gebracht, dann mit einem Rütze aus dem Hut gezaubert. Wie bei einem ganz, ganz schlechten Bühnenzauber. Aber wer die Vorgeschichte kennt um Jean-Claude Juncker und dieses Ganze mit Deals, mit Poker, mit Geschacher, mit Hinterzimmer. Dann wissen wir Bescheid, was da abgeht. Es ist beschämend. Also ich möchte eigentlich nicht mehr viel mehr dazu sagen. Das war eigentlich schon das, was ich sagen wollte. Das war es von mir. Ich mache jetzt Schluss, habe schon viel zu viel geredet. Jetzt seid ihr dran. Wenn ihr Bock habt, schreibt in die Kommentare, was ihr dazu sagt oder meint, was ihr dazu meint. Gerne kontrovers. Bleibt sachlich. Lasst uns diskutieren. Wir haben alle eine Meinung. Wenn man die Meinung hat, dann soll man sie nach außen tragen. Dann soll man auch Flagge zeigen. Ich mache das hier ein weiteres Mal. Freue mich über eure Meinung. Freue mich wirklich über eure Meinung. Bleibt sachlich und dann können wir über alles reden. Ich wünsche euch eine gute und vor allen Dingen friedliche Zeit. Lasst euch kein X für ein Ufer machen. Bleibt wachsam und ich danke euch fürs Dabeisein und macht's gut. Bis zum nächsten Mal, euer Shorza.